Ich warf mit bis 25 Grad. Wenn es schon warm oder viel gewiesen, nächste Woche wird es heiss, es wird mega heiss. Roger kann man schon sagen, wann genau es jetzt heiss wird. Und wie heiss wird es dann, wenn es heiss wird? Ja, also ab Mittag haben die Temperaturen von 30 Grad und mehr. Am heissesten dürfte es werden, so Mitte Woche. Ja, in jedem Modell, so ist heute Mittwoche und Freitaggrößenordnungsmässig dort bis gegen 35 Grad bis durch ein Röbel von EC-Wählen, wo frühstens den 1.5 aufzettet. Sunshine Radio mit den News und jetzt die wirklich raus.